Nachdem er und Martha nach langem Zögern die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt hatten, erhielt er ein Schreiben, demzufolge er vor einem positiven Bescheid mündlich noch einige Fragen zu beantworten habe. Immerhin erwartete ihn keiner jener öffentlichen Hexenprozesse der McCarthy-Inquisition, vor die im vergangenen Jahr Brecht und Eisler gezerrt worden waren. Dass man ihn nicht nach Washington vor den Ausschuss, sondern nur zur lokalen Einwanderungsbehörde zitierte, war ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich hatte er das Freunden und Bewunderern aus der Roosevelt-Regierung zu verdanken, die zwar nicht mehr im Amt waren, aber immer noch über einen gewissen Einfluss verfügten. Und überhaupt redete er sich ein, was könnte man ihm vorwerfen, was anhaben. Die Anhörung würde reine Formsache sein. Dennoch, seit er die Vorladung bekommen hatte, schlief er schlecht, wachte nachts schweißgebadet aus Albträumen auf und konnte wegen seiner nervösen Magenschmerzen kaum etwas essen. Martha war zur Anhörung nicht vorgeladen, durfte ihn aber begleiten und chauffierte ihn an einem milden Herbsttag im Jahre 1948 zum Federal Building von Santa Monica am Wiltshire Boulevard. Sie stellten den Wagen unter Palmen ab, die wie umgedrehte, ausgefranste Sisalbesen staubig ins Blaue stachen. Sie präsentierten die Vorladung einem uniformierten Pförtner, der gelangweilt durch Papiere blätterte und sie in Raum 613 im sechsten Stock verwies. In der engen, hölzernen Zelle des Pater Nostos atmete Feuchtwanger schwer. Martha wischte ihm mit einem Ode-Colonie getränkten Tuch den Schweiß von Stirn und Nase. Am Ende eines weiß gestrichenen Flurs, links und rechts geschlossene Türen, an der Decke grelle Neonbeleuchtung, stand eine Tür offen. Raum 613. Drei Männer und eine Frau standen am Fenster und blickten auf den Westwood Park hinunter. Alle hielten Zigaretten in Händen. Der Rauch hing wie blaugrauer Nebel, fast bewegungslos in der Luft. Martha wedelte mit der Handfläche, Feuchtwanger hüstelte. Ein Mann mit militärisch kurz geschnittenen Haaren begrüßte sie juvial mit den üblichen Floskeln und kräftigem Händedruck, nannte seinen Namen und stellte auch die anderen Personen vor. Feuchtwanger verstand die Namen kaum oder vergaß sie gleich wieder. Der Mann, der sie begrüßt hatte, war der Vorsitzende der Kommission, die beiden anderen Herren, auch das verstand Feuchtwanger nicht recht, seine Assistenten oder Beisitzer. Einer war korpulent, der andere schmächtig. Laurel und Hardy, dachte Feuchtwanger. Die Frau, eine massive übergewichtige Blondine war eine Sekretärin, die das Protokoll zu führen hatte. Gegenüber der Fensterfront stand ein Konferenztisch, auf dem Aktenlagen. Ein schwarzes Telefon, vorm Tisch ein einzelner Stuhl, der Feuchtwanger zugewiesen wurde. Zwischen Tisch und Wand drei Stühle für die Kommission, am linken Ende des Tisches ein weiterer Stuhl für die Sekretärin. Untertitelung des ZDF, 2020